Guten Tag! Sie sind sicher da, weil Octo Awesome ihr Lieblingsspiel ist und Sie wissen wollen, wie die nächste Folge weitergeht. Da sind Sie genau richtig. Heute ist nämlich wieder Let's Code Octo Awesome mit mir, dem Tom. Und wir machen an der Stelle weiter, wo wir gestern blöderweise noch ein paar Schwierigkeiten aufgedeckt haben beim Thema Wie machen wir das mit diesen Exceptions? Zur Erinnerung, wenn wir das Projekt starten, dann scheint das aber loszulaufen, der Connect funktioniert, alles super. Knallen tut es aber an der Stelle, wo wir aktiv versuchen, am Spiel teilzunehmen und dann gibt es plötzlich irgendwelche, die es Post Objects und wir wissen nicht warum. Meine und auch die wahrscheinlichste Vermutung, die wir jetzt hier im Chat gerade durchdiskutiert haben, ist im Prinzip die fehlende Implementierung. Mag sein, dass das nicht unbedingt was damit zu tun hat, aber die fehlende Implementierung von diversen Methoden, die natürlich, wenn sie aufgerufen werden, hin und wieder mal eine Exception zurückwerfen. Das werden wir jetzt einfach mal ändern. Das sollte auch kein größeres Problem sein, weil wir letztendlich den Mechanismus ja ohnehin schon mehrmalig implementiert haben. Ich weiß eigentlich gar nicht so genau, warum ich SetHead und SetMove nicht schon aktiv so implementiert habe. Naja. Machen wir das mal, gucken was passiert. Wir setzen einfach PlayerHeadValue auf Value. Dasselbe machen wir bei Move auch. Ich sehe hier nur ein klitzekleines Problem auf uns zukommen und da müssen wir mal genau drüber nachdenken, wie wir das in den Griff kriegen. Okay, es gibt keine NotImplemented mehr. Hier übernehme ich das auch gleich. PlayerControllerFlyModeValue. Ich sehe ein klitzekleines Problem. Wir haben diesen PlayerController, der effektiv unser ActorProxy ist. Und hier drinnen habe ich Getter, das ist alles easy, aber ich habe auch diese hässlichen Setter. Setter sorgen dafür, dass die Änderungen, die man aktiv von außen auf dieses Property gemacht hat, auch im Server landen oder auf dem Server landen. Und das machen die halt einfach, indem sie die Set-Methoden für die entsprechenden Properties nutzen. Beim FlyMode scheint das noch recht easy zu sein, weil angenommen der Server setzt den FlyModus auf True, dann prüfen wir hier, war er vorher auf True? Wenn nicht, dann setz ihn auf das, was du eingesetzt hast und schick das zum Server. Der Server hingegen, Client, wird mir bei einem Set-FlyMode das Ganze auf den ActorHost projizieren. Und der ActorHost wiederum, achso, das ist ein iPlayerController, der ActorHost wiederum, wird mir beim Setzen des FlyModus, und jetzt drehen wir uns ein bisschen im Kreis, ähm, FlyModus, wo bist du mein Freund, FlyModus? Irgendwo ist ein FlyModus, da. Wird mir beim Verändern ein entsprechendes, tut er gar nicht, warum eigentlich? Ach, der Player macht das. Anyway, es gibt auf jeden Fall ein Event, das dem, der Runtime sagt, der FlyModus am Server hat sich verändert. Was den Server dazu bewegt, die Information über den veränderten FlyModus zurückzuschicken an den Client. Der Client nimmt diese Information entgegen und setzt den FlyMode. Ähm, um einen Loop zu verhindern, habe ich das hier eingefügt. Ich prüfe, was der vorherige Value war, wenn das ein anderer ist, dann hat sich offensichtlich was verändert. Aber, ähm, bei FlyModus ist es noch relativ einfach. Das ist true oder false. Bei so Sachen wie einem Vektor, der aus zwei Floats besteht, wo ein Vergleich mit gleich-gleich nicht unbedingt zum selben Ergebnis führt, könnte das zum Problem werden. Also, ich möchte es nur mal kurz anmerken. Das muss nicht zwangsläufig sein, aber ich möchte anmerken, dass ich da ein gewisses Potenzial sehe. Na gut. Ich starte jetzt mal unsere kleinen Server-Anwendung und schaue mal, ob das in irgendeiner Form ein größeres Problem darstellt. So, der Callback, den haben wir ja aktiv hier eingebaut. Der, ähm, scheint noch seinen Dienst zu verrichten. Das ist alles noch okay. Wo ist denn bitte unser Spiel? Hallo? Spiel? Das Spiel ist weg. Ich ignoriere dieses Problem und starte nochmal neu. Ähm, hallo? Okay, das ist ein interessantes Ding jetzt. Ähm, ich kriege jetzt gar kein Spiel mehr. Wo ist das hin? Habe ich... Wird es gestartet? Ja. So, war es da. Witzigerweise wird auch connected, aber mein Renderfenster ist nicht existent. Das ist jetzt eine interessante Sache. Ähm, mein Workaround an der Stelle wäre jetzt, das kurz rückgängig zu machen, was wir verändert haben. Und anstatt die Exception einfach das da zu machen. Ich würde nämlich gerade bei diesen Informationen, die eigentlich primär vom Client kommen, wo der Server ja eigentlich keinen Einfluss drauf hat, weil der Server wird uns niemals die Kopfbewegung verändern und der Server wird uns auch niemals die Movebewegung verändern. Ähm, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich es nicht implementiert habe. Ähm, die lassen wir jetzt einfach mal so. Weil das war ja jetzt im Prinzip auch das Einzige, was ich verändert habe. Ich habe doch nichts verändert sonst. Okay. Ist interesting. Ich werde mal ganz kurz gucken, was wir eigentlich verändert haben. Wir haben in der Client-Komponente eigentlich nicht besonders viel verändert. Wir haben diese beiden Kollegen hier implementiert. Den Fly-Modus haben wir implementiert. Auch den werde ich mal kurz auskommentieren. Aber sonst haben wir hier doch jetzt gar nichts angefasst eigentlich. Ein Rebuild hin und wieder hat schon Wunder bewirkt. Äh. Der Chat weist mich gerade darauf hin, dass ich einen Callback.z-Head eingeführt habe. Das muss aber eigentlich im Aktor-Proxy, ne, im Client sein. Ein Set-Head. An welcher Stelle? Rave. Sag mal kurz. Offensichtlich habe ich irgendwo was eingefügt, was uns den Tag versaut. Nach 8... Ja, natürlich. Entschuldigung. Ja. Das war in der Client-Komponente. Stimmt. Ich hatte ja testweise ähm... Nach dem Connect... Wo war denn der Connect? Falsch. Äh, auf der anderen Seite. Ähm. Auf dem Aktor-Proxy. Hier oben hatte ich diesen Test. Wo war das denn jetzt? Verdammte Scheiße. War das im Client? Ja. Im Client. Ähm. Das da eingeführt. Ähm. Zeile 25. Nicht 31. Okay. Ähm. Interessant. Ich nehm's mal raus. Ist da ein ganz guter Anhaltspunkt. Client ist wieder da. Interessant. Selbes Problem. Access Disposed Object. Wir haben weiterhin das Problem, dass da irgendwas nicht läuft. Und das da blockiert unser Spiel. Das ist sehr interessant. Weil dann funktioniert der Sethead ja offensichtlich schon nicht. Also der Callback an sich funktioniert nicht richtig. Und der Disposed passiert dann natürlich nach dem Timeout. Das macht schon irgendwie alles Sinn. Das Verrückte an der Sache ist nur, dass wir hier eigentlich aus dem Callback rauslaufen. Jetzt sind wir am Server. Also es gibt eigentlich keinen Grund, warum der Client anhält. Client-Komponente bleibt stehen beim Connect. Das macht irgendwie keinen Hm. Hm. Hat jemand eine gute Idee, was das denn sein könnte? Oh, Matthäus ist da. Servus. Bist ein bisschen zu spät für unsere Shader-Session. Okay, also der Client bleibt beim Connect stehen. Das macht so semi-Sinn, weil wir ja Warte mal. Komm hier an. Der Connect macht hier ja nichts Besonderes eigentlich. Da müssen wir doch eigentlich rauslaufen. Wo genau machen wir das nochmal mit dem Actor Host? Nein. Wo mache ich den Callback nochmal? Oh Mann, zu viele, zu viele, nee, da nicht. Zu viele, zu viele Baustellen hier gerade. Im Client? Nein. Ach, ich kann natürlich im Client nicht den Callback nutzen, bevor ich den Connect gemacht habe. Das ist natürlich auch Quatsch. Wir hatten ja festgelegt, dass die Verbindung erst aufgebaut wird, wenn der Connect durchgeführt wird, weil der Connect ja die Initialize-Methode ist. Das heißt, da kann ich max, frühestens hier kann ich das machen. Mit dem Test senden. Was ich aber auch hier nicht machen will, sondern ich will es dann doch vielleicht eher an einer anderen Stelle machen. Könnte das schon das Problem sein? Ich soll auf den Chat gucken. Ich habe Terminating is true. Wo? An welcher Stelle? Guter Hinweis. Geil, 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 geil. Ich gucke auf den Chat. Ich gucke, ich habe beschlossen, in den Folgen nicht mehr so oft auf den Chat zu gucken. Das habe ich jetzt davon. Beim Disconnect habe ich Terminating true. Hier auch. Meine Fresse. Da muss man erst mal drauf kommen. Vielen, vielen Dank. Wieder einmal, muss ich sagen. Der Livestream ist das Geilste. Das ist das Geilste. Weil da wäre ich jetzt in 100 Jahren nicht drauf gekommen, weil ich war mir so sicher, dass ich das nicht getan habe. Sehr gut. Vielen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank. Das erklärt einiges. Weil an Dispose und so Copypasta sehr wahrscheinlich. Aber eigentlich kopiere ich ja immer erst naja. Ich wollte gerade sagen, ich habe ein paar goldene Regeln, wenn ich kopiere. Niemals den falschen Code kopieren. Aber ich glaube, ich habe mehrmals bewiesen, dass das nicht so ist. Also würde ich euch nur anlügen. Das will ich nicht. So, jetzt läuft es ja, würde ich sagen. Es läuft tatsächlich. Es läuft tatsächlich. So. Ja, ist doch erst rein. Mal abgesehen davon, dass wir im Berg gestartet sind. Und der Berg komisch ausschaut. Aber, wenn ich mal kurz darauf hinweisen darf, wir, oh Gott, haben wieder dieses Renderproblem beim Nachladen. Irgendwas ist wieder synchron. Aber gut. Das soll jetzt nicht unser Problem sein. Das da meine ich. Das ist jetzt wieder neu. Aber, ich kann mich hier relativ, wollte ich schon sagen, aber ich kann mich super fließend bewegen. Also, die Kommunikation funktioniert mal. Grob, das ist gut. Das ist, das ist, ähm, ein gutes Gefühl, dass das mal halbwegs läuft. Natürlich senden wir noch Unmengen von Daten. Das weiß ich schon. Das weiß ich. Aber, ja, schön. Das heißt, ähm, wir tauschen gerade schon aktiv und funktionierend Daten zwischen kleinen und Server aus. Ich bin jetzt mal so frei und mache jetzt den Kram, den ich, fixen wir nachher, den Kram, den ich jetzt hier wieder wild auskommentiert habe, den mache ich wieder rein. das war an der Stelle, wo wir, ach, so viele Daten, das können wir wieder zumachen, den Server brauchen wir nicht mehr, Player Component brauchen wir aber nicht mehr, Mainform brauchen wir vor allem nicht mehr. Ich suche die Stelle, wo ich, genau da, wobei ich nach wie vor der Meinung bin, dass man die Daten eigentlich gar nicht zum Server schicken sollte. Die habe ich nur eingefügt, damit alles vollständig ist. Das sind die Daten, die wir sowohl am Server als auch an Kleinsseite brauchen. Äh. Und, ja. Ja, der Rave sagt es hier schon. Eine ganze Folge vergeudet für das Finden eines solchen Fehlers. Das ist natürlich nicht so cool, in der Tat. Aber, naja, gut. Man lernt ja aus seinen Sachen. Fly-Modus einschalten funktioniert auch. Das nervt mich ein bisschen, dass jetzt hier wieder alles frießt. Warum auch immer. Das weiß ich gerade nicht genau. Weil das sollten wir ja eigentlich asynchronisiert haben. Aber gut, was soll's. Außerdem ist die Folge noch nicht zu Ende. Weil wir können uns Gedanken machen über ein weiteres Problem, das wir haben. Im Moment ist es nämlich so, dass, äh, die ganze Generierung der Chunks im Moment noch lokal passiert. Das macht im Moment keinen Unterschied, weil Server und, ähm, Client auf derselben Maschine laufen. Aber könnte zum Problem werden, wenn wir auf unterschiedlichen Maschinen sind. Also solange die Welt auch unverändert ist, ist das auch kein Problem, weil er der Kartengenerator derselbe ist. Aber auch da, wenn wir früher oder später auf einem anderen System sind, gibt's andere Safe Games und so. Also müssten wir uns mal überlegen, wie kriegen wir die Chunks zum Client. In meinem Prototypen, den ich gebaut hab, war das relativ simpel. Da hab ich nämlich was ganz Tolles gemacht. Ich hab nämlich einfach alles über die WCF-Schnittstelle serialisiert. Das ist natürlich, äh, ein mehr oder minder ressourcenintensives, äh, Lösungsansätzchen. Und, äh, auch nicht meine bevorzugte Methode, aber, ähm, für den Moment auch das Beste, was mir einfällt. Also mein Problem, ähm, ist relativ offensichtlich. Wir haben ja immer noch dieses ganze Caching durcheinander, das wir ja, ähm, entworfen haben auch. Ähm, wir müssen jetzt irgendwie die Daten vom Server zum Client bringen. Und zwar möglichst in Realtime, damit, ähm, der Client über die Daten verfügt, die der Server hat. Das sind ja unter Umständen andere als die, die der Client hat. Ja, große Datenmengen, sagt Lassi jetzt ihr auch genau schauen. Das ist nämlich auch unser Problem. Ähm, Lassi deutet aber gerade darauf hin, dass wir über WCF auch Streams öffnen können. Und das könnte tatsächlich unsere Lösung sein. Ähm, zumindest vorerst, äh, wenn wir dann quasi über dieselbe Schnittstelle nicht nur diese kleinen granularen Daten schicken, sondern auch die großen Weltdaten. Meine größte Sorge ist halt immer, dass wir die eigentliche Schnittstelle blockieren, indem wir das tun. Und, ähm, dass alles in einer Queue landet. Aber die Streams sind tatsächlich ein guter Ansatz. Ähm, gute Idee, Lassi. Lass uns da mal nachschauen. Ich hab noch nie Streams im WCF-Client gebastelt oder nie im WCF irgendwo verwendet, weshalb ich mal kurz Google anwerfen werde. und, äh, gucken gehe, wie das, ich glaub, das ist das, einer der ersten Male, dass wir hier tatsächlich Google verwenden. Cool. Ähm, WCF-Streaming. Tutorial. Example. Example ist mir lieber. Gucken wir mal, wie das funktioniert. Dann haben wir uns wenigstens schon mal informiert, damit wir es dann implementieren können in der nächsten, in der nächsten Folge. Ähm, ich brauch eigentlich nur kurz ein, ich will eigentlich nur ein Beispiel haben. Streaming von Daten. Genau. Ich überfliege dort mal ganz kurz. Transform Mode. Ah, ich brauch ein anderes Binding dafür. Kann das sein? Dass das nicht über denselben Contract geht? Aber das würde mich gar nicht stören, wenn wir zwei verschiedene Konnektoren aufmachen. Einer, der nur für die massiven Daten zuständig ist und, ähm, einer, der, ähm, nur für die, für die kleinen Spieler-Daten zuständig ist. Dann könnten wir vielleicht sogar einen Unterschied machen zwischen UDP und TCP. Oh, kleiner Hinweis übrigens. Jemand hat mir bei YouTube geschrieben, dass WCF inzwischen auch ein UDP-Protokoll unterstützt, weil das im Moment mit der Version, die wir hier verwendet haben, nicht funktioniert. Leider ist das eine Implementierung, die aus dem Framework 4.5 kommt. Und wir verwenden ja hier dank Monogame Framework 4.0, weshalb das leider für uns nicht in Frage kommt. Ich wollte nur sagen, es gibt es, können wir aber nicht nehmen. Ähm, gut. Ähm, Lassi hat gerade geantwortet, ja und nein, wahrscheinlich auf eine meiner Fragen. Ich weiß noch nicht, welche. Deshalb ignoriere ich das mal ganz kurz, bis er mir irgendwas Alternatives schickt. Ähm, ich sehe gerade, dass ich die Daten noch nicht mal händisch serialisieren muss. Das müsste dann sogar automatisch passieren. Geil. Ähm. Okay, also, ich brauche ein anderes Beispiel, eins, das kürzer ist, das mir einfach nur ein paar Attribute um die Ohren haut. Ähm. Gucken wir uns das mal kurz an. Ähm. Wenn ich das richtig sehe, ist einfach nur der Stream Teil des Contracts und damit ist alles gut. Muss ich das irgendwie vorher anmelden? Sieht nicht so aus. Wir probieren das einfach mal. Ich sehe jetzt hier nix, was irgendwie bei den Bindings das aktiv einschaltet. Nö. Sieht gut aus. Alles klar. Dann machen wir die Folge hier, ähm, zu Ende. Und, ähm, ich quatsche noch ein bisschen mit dem Chat, weil offensichtlich hat der Lassi das schon mal gemacht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir die Streams implementieren, also uns mal Gedanken darüber machen, wie kriegen wir da auch die fetten Daten, wie die von unseren Chunks zum Beispiel, von A nach B, damit wir wirklich unabhängig voneinander reden können. Also so, dass das jetzt nicht drauf ankommt, dass die, ähm, ihr wisst schon, dass der Client und der Server an derselben Maschine unterwegs sind. Also denn, wir sehen uns morgen wieder, wenn es dann heißt, let's code Okta aus. Und bis dann. Untertitelung des ZDF,